Was ist das für ein Gefühl? Ich meine bei den Jobs. Kurz bevor du abdrückst. Ich bin 1950 in Chikotemie geboren. Ihr könnt stolz sein auf euren Bruder. Er wird ein großer Spezialist, die Klasse liegt ihm. Denn er macht sie zum dritten Mal. Zum zweiten Mal. Nassant, ich bitte dich. Ich will nur erreichen, dass er härter wird. Und verhindern, dass er so ein Muttersinnchen wird. Reggie meint, du bist der beste Mann. Und wenn er rübergeht über den Boulevard, knallen wir ihn ab. Wir werden noch eine Menge Spaß miteinander haben. Diese Frau. Du bist schon eigenartig. Ist etwas Besonderes. Der sieht dir sehr ähnlich. Du bist ein Killer. Die wollen Krieg, dann bekamen sie ihn. So wie bei Bonnie & Clyde. Ich habe ihnen erklärt, dass sie verdächtigt werden, weitere Morde begangen zu haben. Er tut so, als könnte er kein Wässerchen trüben. Für ihn ist das ein Spiel. Du hast ja nicht die halbe Welt getötet. Nein, es waren nur sieben oder acht Leute. Wahnsinn. Ich habe sie nicht da. Und wo ist das sunburniert. Ich habe sie nicht da. Ich habe sie nicht da. Du hast und lebst. Und wenn seine Hä itsw М 발라 nest. Vielen Dank.